Ist der Abo-Button gedrückt? Machst du das genug verrückt? Ich weiß, der war schlecht. Aber drück den Button. Danke. Code Brown. Das Spiel beabsichtigt nicht, jemanden zu verletzen. Jeder anders ist fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit einem realen Ereignis ist rein zufällig. Denken Sie dran, alles, was so schön passiert, ist nur eine Satire. Ui. Willkommen zu einem neuen Video, und zwar Code Brown. Und wie der Name sagt, wird es heute ordentlich braun. Denn wir müssen ganz dringend auf Toilette und haben nur, ich glaube, zwei Minuten Zeit, uns zu entleeren, bevor wir uns vor allem blamieren. Das ist mit eines der gestörtesten Games, höchstwahrscheinlich, die ich jemals gespielt habe. Das Game kennt wenig Tabus, aber ich glaube, wir werden einiges zu lachen haben. Apropos zu lachen haben, wir haben auch wieder tolle Korsair-Füllungen mit der Farbe oder mit dem Geschmack braun und gestank. Diese tollen Hörner gibt es übrigens bald in meinem Gnu-Shop auf www.gnu-shop.de. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und heute setze ich die Hörner meinem Knie auf. Da mein Knie noch kein Gesicht hat und deswegen keine Identität, werde ich das jetzt ändern. So, sagt Hallo zu Mr. Knie. Und genauso weird wie das Intro wird natürlich auch dieses Game. Deswegen würde ich mich über viele Daumen nach oben sehr freuen und der Algorithmus natürlich auch. Und ich habe auch hier für dieses Video wieder einen Top-Kommentar rausgesucht. Und zwar von Simona Deck. Ich hatte einen extrem anstrengenden Tag und ich habe mir nur kleine Pausen gegönnt. Morgen steht ein sehr wichtiger Termin an, aber wenn ich sehe, dass du ein neues Video hochgeladen hast, fällt die ganze Anstrengung ab. Danke. Simona, wir wünschen dir alle sehr viel Glück bei deinem Termin. Und wenn auch du Bock hast, Top-Kommentar zu werden, denk dran, umso wirder, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich dich hier einblende. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Let's go! Party, Kirche, Krankenhaus, Party. So, was ist eigentlich die Aufgabe? Äh, okay, kann ich hier mich bewegen? Okay, ich gehe mal hoch. Oh, die Schitte geht ja richtig die Party ab, Leute. Was ist denn hier los? Hey, wo ist der Putinka? Oh, ich habe gefurzt. Was? Warum beplatziert? Feinde entdeckt. Wo kann ich... Ach, kann ich da reinkacken? Oh mein Gott, ich habe hier reingeschissen. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich habe den Eimer voll geschissen. Aber warum? Warum tue ich das? Okay, wieso ist der so groß? Was passiert hier eigentlich? Okay, ich kann irgendwie mit denen reden und dann irgendwie übel einen abfahren. Space to action. Ah, so kann ich... Also, wenn ich es ins Grüne treffe, ist es gut. Es ist wie Dead by Daylight. Okay, warum verprügeln die sich jetzt da oben? Hä, was ist denn los mit euch? Seid ihr dumm? Okay. Oh mein Gott. Loser. Ach, sie dürfen verschwendet. Hä? Dürfen sie mich nicht irgendwie dabei erwischen? Ich muss heimlich rumfurzen. Können Sie sich vorstellen, dass sie wirklich den Film über Superhelden gedreht haben und einer dieser Typen sich in Bären verwandeln kann? So eine Scheiße. Zumindest ist es besser als dieser Film über die Tuffee von... Was weiß ich... Oh, ach so, so halte ich den Furz. Ah, jetzt verstehe ich. Ich kann hier gerade nicht reinscheißen, weil die im Weg sind. Ich muss die irgendwie wegkriegen. Warum will ich in den Geschirrspieler scheißen? Das ist... Oh. Ich muss aufpassen, dass die mich nicht bemerken. Also ich muss ganz dringend aufs Klo und ich darf nicht vor denen rumfurzen. Das heißt, wenn ich grün drücke, verhindere ich das. Das heißt, vielleicht kann ich die Blumen irgendwem schicken, um somit hier in die Wanne zu kacken. Was ist das für mich? Warum gibst du mir meine eigenen Blumen? Gibst du sie mir zurück? Scheiße, ich habe ihre eigenen Blumen. Okay, aber jetzt kann ich hier reinkacken. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid. Ich habe in die Wanne geschissen. Ist das ekelhaft. Ich muss echt richtig Durchfall machen. Ich muss die ganze Zeit aufpassen. Okay, das bringt noch nichts. Natürlich. Okay, das ist jetzt bloß Scheiße. Oh, ich muss aufpassen. Okay, da kann... Oh, jetzt kann ich reinkacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist ein Zitronenbaum entstanden. Was passiert hier eigentlich? Ach so, ich muss furzen, damit die gehen. Oh, ich fasse mir wieder an den Arsch. Ich muss, glaube ich, gleich wieder furzen. Oh, 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 oh. Wo kann ich denn noch reinkacken? Oh, oh, ups. Oh, das tut mir jetzt leid. Oh, Leute, es tut mir so leid. Was tun wir hier? Wie viele Pferde steckt hat? Das bist du dumm. Autos mechanisch, wenn ein Fahrt organisch ist, was ich tut. Okay, ich muss hier rein. Die gehen jetzt ja gleich, oder? Oh, oh. Oh Gott. Könnt ihr bitte... Oh mein Gott. Warum ist das denn jetzt passiert? Verschwendet. Was passiert denn? Warum verschwendet? Ich glaube, ich darf zu denen nicht gehen. Das heißt, wir gehen noch mal kurz runter. Und ich nehme mir mal kurz die Blumen. Wie komme ich zu dem raus? Nö, lass mich gucken, du Idiot. Du bist so ein Abschaum. Elender Verbraucher, klebriger. Ab. Oh mein Gott, warum sind die so brutal zu mir? Jetzt kann ich hier kacken, ne? Oh mein Gott, ich habe mir die Spüle gekackt. Why? Kann ich vielleicht denen hier irgendwas schenken? Oder ihm? Ja. Nee, das will er nicht. Ich muss ihm den Alkohol bringen, glaube ich. Oh shit. Was, was? Ich verstehe es nicht. Ich kacke einfach mal rein. Ach so, ich muss spammen, ne? Ich muss, glaube ich, spammen. Das geht alles so schnell, aber ich nehme das Spiel schon wieder viel zu ernst. Hier für dich. Was? Das ist für mich? Ja. Okay, aufhören, aufhören, aufhören. Ah, sind wir erwischt? Nein. Scheiße, wortwörtlich. Oh Mann. Nochmal. Das ist so schwer. Ja, ich will das schaffen. Ich nehme Games wieder viel zu ernst. Die man nicht ernst hat. Ach, guck mal, jetzt habe ich irgendwas ausgesteckt. Okay, interessant. Ich komme langsam rein. So, das mache ich jetzt auf, damit er genervt ist. Oh, die sind so richtig böse. Ich habe richtig Angst vor denen. Geh jetzt! Es ist Zeit, ich muss kacken. Ich muss aufs Klo schnell. Diese Ausdrücke auf... Oh, scheiße, ich habe vor denen gekackt. Nein! Was sagt kleiner Mr. Knili dazu? Okay, ich mache das aus und ich probiere es jetzt nochmal. So, Konzentration. Besser, wir ziehen ab. Okay, jetzt kann ich ganz schnell kacken. Okay, sie kommen wieder. Fühlst du das? Ich denke, es riecht nach russischen Kinematografen. Was ist das für ein Spiel? Das ist das dümmste Game, was ich seit langem gespielt habe. Hier, Blumen für dich. Nimm sie, ich muss kacken. Ja, schnell raus hier! Okay, los, verschwinde. Oh, das war schön. So, und sie sagt dazu gar nichts. Okay, lassen wir das so stehen. Ich gehe jetzt nochmal hoch in das Gaming-Zimmer, weil da kriege ich es ja auch hin. Ah, okay, das Internet. Ah, deswegen, weil ich das Internet ausgestellt habe. Ah, okay, ich verstehe. So, Internet ist aus, deswegen sind die jetzt runtergegangen. Interessant. So, jetzt kommen sie zurück. Mit dem kann ich noch irgendwas machen. Ah, dem kann ich jetzt den Alk geben. Ah, und jetzt? Sie sagen, das Schlafzimmer ist mit Alkohol gefüllt. Also, lass uns gehen. Ah, nice, wir kommen in die nächste. Ah, lass da rein, lass da rein. Geil, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, mein Gott. Okay, mir geht's gut. Ich hab's geschafft. Das war immer schon mein Wunsch, auf einer Party einfach nur alles voll zu scheißen. Nächstes Level, Kirche. Oh, oh, oh. Okay, also hier kann ich schon mal nicht. Ich gehe mal kurz hier rein. Kann ich hier doch sicherlich mich... Das nehmen wir mal mit. Gehen wir mal da hoch. Ich kann mich doch sicherlich hier irgendwo erleichtern, oder? Das wäre ja wohl gelacht. Gelacht. So, kann ich hier nirgendwo kacken? Okay, ja, jetzt kann ich da lang gehen. Sehr nice. Okay. Was auch immer hier gerade passiert, ich hab keine Ahnung. So, ich kann hier runter gehen. Und hier kann... Oh, da ist Super Mario. Da kann ich ja ewig lang kacken. Da kommt doch eh niemand rein, oder? Oh doch, oh nein. Nein, ich wusste das nicht. Oh mein Gott, ich hab ins Weihwasser gekackt. Okay, Mr. Knie, es wird ja ein bisschen wild. Ich muss dich jetzt kurz nach unten drücken, damit ich absolut in dieses Weihwasser kacken kann. Ist es okay? Okay. So, ich will da rein. Ja. So. Okay, das nehmen wir. Hoch geht's. Hoch geht's. Viel zu viel Zeit schon verschwendet jetzt. Mist. Okay, rein da. Schnell, ganz schnell. Und jetzt los. Ich kann meinen Darm da nämlich entleeren. Und wenn der entleert ist, dann hab ich gewonnen. Okay, aufhören, 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 aufhören. Die kommen. Dass ich hier... Oh mein Gott. Der menschliche Körper kann bei Krytotal produzieren. Ich werde dir jetzt... Oh mein Gott, der tunkt das Kind da jetzt nicht ein. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein Mist? Oh mein Gott, der hat sich verwandelt. Das Kind hat sich verwandelt. Oh mein Gott. Kinderfrei. Ah. Was ist das für ein Spiel? Was hab ich hier getan? Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Alles ist in bester Ordnung. Ich habe gerade keinen Kindsmord begangen. Ich bin jetzt mal... Gehe mal kurz hoch zu Mario. Der kann mir bestimmt helfen. Ach, da kann ich jetzt nicht kacken. Okay. Oh mein Gott. Das ist so ein blödes Game. Okay, egal, egal. Gar nicht schlimm. Wir gehen jetzt hier raus. Okay, ich muss hier bestimmt noch irgendwas klauen. Da muss ich auch hinkacken. Ich muss gleich wieder aufs Klo. Was bist du eigentlich? Du passt überhaupt nicht rein. Okay. Okay, also ich glaube... Ich glaube, da muss man ganz schön viel zensieren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich sehe schon, in welche Richtung dieses Spiel geht. Oh mein Gott. So, ich spende dem mal was. Einfach, weil ich nett bin. Ich habe... Ah, ich habe ein Bitcoin geklaut. Okay. Was kann ich mit dem Bitcoin jetzt machen? Ah, ich kann es jetzt bezahlen. Oh, oh. Ich will dich gar nicht bezahlen. Oh Gott. Wir haben endlich eine Arbeit. The request not in base later. Okay, jetzt kann ich hier rein... Oh Gott, was machen die jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Oh mein Gott, die haben die jetzt verprügelt. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Ich brauche kurz das hier. Alles gut. Alles in bester Ordnung. Dieses Game ist einfach nur weird. Alles in bester Ordnung. Ist gar kein Problem. Könnte es jetzt machen. Ich gehe dann schon mal weiter. Ich muss aber auch irgendwie... Oh, Entschuldigung, Mario. Ich muss auch irgendwie die hier wegkriegen. Aber ich glaube, das sollte auch kein Problem sein. Okay, mir bleibt keine Zeit. Wo ist mein Bitcoin? So schnell. Okay. Ich glaube, dass ich damit nämlich hier irgendwas machen kann. Also ich wusste, mir würde jemand eine Kerze kaufen. Ah, okay. So, kauf dir eine Kerze. Sehr gut, da gehe ich jetzt mit. Okay, ich gehe kurz mit. Die haben jetzt irgendwas mit der Kerze gemacht. Das ist gut. Oh, ach Mist. Da hätte ich ins Grab machen können. Ey, das ist so makaber. Okay. Oh Gott, was passiert hier jetzt? Wo bin ich jetzt? In der Unterwelt? Warum kann ich mich verstecken? Oh Gott. Was zur Hölle passiert hier? Nein, lauf weiter, lauf weiter, Kerle. Lauf weiter. Er kommt zurück. Okay, ich pup da jetzt rein. Was auch immer das jetzt ist. Okay, fertig gepup. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh mein Gott. Was mache ich hier eigentlich gerade? Man tut nicht einfach was. Ich habe keine Ahnung. Was passiert hier? Ich hätte rausgehen müssen, ne? Also ich kann ja gefühlt gar nicht alles machen, weil es einfach zu viel gibt. Ja, viel Spaß. Sagt ja keiner was. Oh mein Gott. Dafür gab es jetzt, das war wirklich zu makaber, ne? Dafür gab es jetzt wirklich Ärger. So, den kann ich jetzt wieder nehmen. Damit kann ich jetzt hier bei ihr irgendwas machen. Bitte schön. So, viel Spaß. Dann gehen die nämlich rüber. So, wunderbar. Dann kriege ich auch wieder meinen Bitcoin. So. Kann ich damit jetzt noch irgendwas tun? Damit kann ich doch rein, oder? Ja. So. Okay, let's go. Oh Gott. Was auch immer ich hier eigentlich tue, ich habe keine Ahnung. So, let's go. So. Okay, whatever, Guy. Mach es. Tu es. Tu es. Ich mache schnell meinen Darm voll. Den habe ich nämlich gewonnen. Oh Gott, ganz knapp. Nein. Es war ganz knapp. Nein. Okay, ich werde es jetzt schaffen. Let's go. Das spulen wir jetzt aber richtig vor. Heilige Scheiße. Ja, ich habe es geschafft. Oh Gott. Yes. Wuhu. Grab und gut hätte ich noch machen können. Aber ich bin stolz auf mich. Eine Minute vier. Krankenhaus, Leute. Let's go. Okay. Was kann ich mit der... Okay. Okay, ich muss das alles reinschmeißen, ne? Okay, keine Ahnung. Was da rein muss. Jetzt nehme ich einfach meine Kartoffeln mit und gehe. Oh mein Gott. Ich kann den... Jetzt kriegt er keine Kochsalzlösung. Oh, jetzt lebt er wieder. Oh mein Gott. Das ging mir jetzt dann doch ein bisschen zu weit, Kadetten. Naja, Leute. Interessantes Game. Ich glaube, das ist wirklich mit eines der Kategorie bescheuertste Games, die ich jemals gespielt habe. Die brechen wirklich jedes Tabu. Also nichts für schwache Nerven. Falls ihr eine lustige Geschichte habt, in denen ihr wirklich dringend aufs Klo wusstet, schreibt doch gerne das in die Kommentare. Denn vielleicht erscheint sogar euer Kommentar im nächsten Video. Ich bin sehr gespannt. Über viele Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und der Algorithmus natürlich auch. Und ich sage immer Danke fürs Zuschauen. Jetzt raus!